ist hier oben jemand noch sind die oben nehmen wir noch diese freundlicher alter die kleinen sich schon gegenseitig ab ja mancher funktioniert nicht ganz richtig irgendwie finde ich ich habe keine ahnung ich suche auch schon den 1 und ich habe ihn ich habe ihn geholt und bin fast rot ich bin jetzt kleiner buchen ich bin da in der stadt tilt tilt haus bin ich tilt haus ich weiß auch nicht diese manche irgendwo ich bin schon drinnen die ganze zeit aber ich kriege nicht ein treffer sind so viele leute was ist denn das jetzt hier ich nehme mit ich weiß es nicht soll ich ihn mitnehmen da oben schießt einer mit der rakete da liegt ein jagdgewehr willst du noch einen raketenwerfer was raketenwerfer schon da raus willst du noch einen raketenwerfer ähm ne ich bin noch einen raketenwerfer nicht ich habe schon ein schönes schauschützengewehr äh snappergewehr habe ich das ist ganz geil finde ich das ist mega geil das kann ich ja ungeschützt geholt hast geholt das ist nicht so einfach ach ja gull das merkte wäre es zu kohlen ich werde jetzt aufgeben ziltat tö Muss noch ich bin jetzt aufgeben ziltet tout s und hole leute aus der luft ist eine gute idee wilde 8 alten ich weiß dass was aber geholt bis Yeah, nice. Nice, Headshot. Ich würde es einfach mit Yachtowian holen, mir reicht's. Nein, 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 er... Ich kann ja erst mit seinem fucking Raketenbewerber-Ding. Geil, Alter. Mega, mega geil. Ich bin hier abgeschossen. Lass mich doch in Ruhe. Was bist du überhaupt? Ich bin hier oben auf dem Berg. Oben auf diesem Berg bin ich. Was ist grundlos? Was haben wir denn jetzt? Tschüss. Wir haben gewonnen, gewonnen. Geil, ich hab sechs Kills. Geil, ich hab sechs Kills. Yeah, yeah. Geil, ja. Da, muss ich nach Hause. Was ist ja...